Nach den Unwettern heißt bei uns häufig vor den Unwettern, so ist es auch in den nächsten drei Tagen. Aber wir haben jetzt zumindest zwei relativ ruhige Wettertage, bevor es zum Freitag regional nochmal heftig werden kann. Auch am gestrigen Montag gab es lokale Unwetter, besonders im Osten und im Südosten, wie zum Beispiel hier in Berlin. Da gab es lokale Überflutungen, kein Wunder. In Berlin und Brandenburg gab es Stationen mit 50 Litern innerhalb von einer Stunde. Und damit wurde die große Hitze aus Deutschland verbannt. Am Montag gab es nochmal über 30 Grad, in Kitzing sogar 34 Grad. Solche Temperaturen haben wir in der nächsten Zeit erst einmal nicht. Auch in der Nacht ist es verbreitet recht angenehm. An den Küsten 15, 16 Grad, sonst ist es verbreitet frischer. Über der Mitte Richtung Mittelgebirge, da wo es auflockert, haben wir auch teils einstellige Werte. Im Westen und auch im Süden dichte Wolken, die etwas Regen bringen. Auch am Mittwoch noch ein paar letzte Schauer, die hier Richtung Oder abziehen. Im Westen, da bleibt es häufiger grau mit leichtem Regen. Und auch an den Alpen, besonders am Vormittag, noch ein paar Tropfen. Dazwischen ist es für die meisten eigentlich ein recht freundlicher und vor allem von den Temperaturen auch angenehmer Tag. Wir haben meist so 21 bis 25 Grad. Am Oberrhein sind auch 26 Grad möglich. Und da wo es eben lange grau und regnerisch bleibt, da schaffen wir nicht mal die 20 Grad. Zum Donnerstag kommen dann von Nordwesten Schauer und Gewitter auf. Im Osten und im Süden viel Sonnenschein. Und da gibt es nochmal einen Temperaturanstieg. 28 bis in der Spitze 30 Grad. Heißer wird es aber erst einmal nicht. Nur die Schwüle nimmt dann auch zum Freitag zu. Besonders im Osten und im Süden. Und das bedeutet, da geht es dann ordentlich zur Sache am Himmel. Wir sehen es hier lokal heftige Gewitterzellen. Also Starkregen wird da wohl das Hauptthema sein. Aber wie so oft, nicht jeden trifft ein Unwetter. Aber besonders im Osten und im Süden ist die Gefahr höher. Im Nordwesten wird es schon wieder etwas freundlicher. Und die Temperaturen liegen dann meist bei 20 bis 28 Grad.